Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute kurz das Bosch Purion vorstellen. In der Übersicht seht ihr, was man da alles machen kann. Und bei der Bedienung zeige ich euch, wie das System einschaltet und bedient. Und zwar hier oben haben wir einen Knopf, den hält man gedrückt, dann hat man hier das Plus und das Minus, wo man die Unterstützungsstufen verstellen kann. Momentan habe ich eine Reichweite von 76 Kilometer für den MTB-Bereich. Wir haben Turbo, MTB, Tour und Eco. Bei Citybikes wäre die MTB-Unterstützung nicht dabei. Dann haben wir die Möglichkeit, beim Minus drauf zu bleiben. Zwei Sekunden und dann sehen wir gefahrene Kilometer. Dann bleiben wieder zwei Sekunden auf dem Minus. Dann sehen wir Totaltrip. Wieder zwei Sekunden Range, was man fahren kann. Und wieder zwei Sekunden ist man wieder am Anfang. Man kann auch das ganze System natürlich ausschalten und wie ein ganz normales Fahrrad fahren. Ich hoffe, ich konnte euch für das Bosch Purion einen kleinen Eindrück verschaffen. Das Bosch Purion ist hier beim Ghost drauf. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.